und die gesundheit geht hier rapide runter ok ja weil es an allem mangelt irgendwie wir müssen sehen dass wir ans wasser kommen ich muss mir auch wirklich angewöhnen mich mal mehr auf dem boden überhaupt umzusehen hier ist ja immer so viel dass man so viel los dass man immer so viel übersehen kann an früchten hier und was rumliegt genau hier das ist doch diese frucht gleich mehrere das heißt ich kann mir jetzt schön parasiten einfangen und trotzdem sie gleich wieder damit killen das ist doch perfekt da ist ein papagei der bald sterben wird ich erlöse dich warte bleib hier bleib hier ich erlöse dich bleib hier ich glaube er ist geheilt und fliegt von dann das ist doch ganz gut sechs parasiten mal gucken na gut hat bloß zwei parasiten weggemacht erstmal halt noch eine na gut sind noch zwei da so jetzt muss hier wieder als erstes weg das da oben doch schon besser aus wollen wir uns jetzt das krokodil holen gucken ob es schneller ist als wir ah der papagei sitzt dort mit pfeilen kann ich dir dann bestimmt nichts anhaben oder ernsthaft mit einem pfeil im kopf ist der tot das ist ja schon fast ein bissel low oder na gut soll mich nicht stören ja mit deinem fleisch jetzt habe ich mittlerweile so viel fleisch ok mia ich habe etwas zu dir sagen aber nicht schreien ok warum würde ich schreien ich ähm ich habe ich habe kamen kamen was jake bespien ich schreien ich sagte nicht nicht zu ich spreche mit dir ich spreche mit dir das bedeutet ich bin gut und was kamen kamen nicht so gut ich das ich das ich aber ich habe es ich habe es zu verstanden ich habe es zu nicht zu 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 du bist der 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 das ist genau das ich wollte über und ja warum habe ich das bus gemacht warum habe ich das bus deswegen angerufen also gefunkt wollte ich sagen meine frage das macht aber auch dreckig und ich bin wieder völlig überladen ich glaube ich sollte aufhören fleisch zu sammeln ist ja zurzeit eigentlich gar nicht nötig wir sind ja gut dabei und oben oh Gott ich bin völlig überladen na gut nicht völlig 0,9 zu viel was könnte ich denn mal weg kloppen die kohle vielleicht ein bisschen weniger kohle was tapst hier ach das wildschwein irgendwas muss noch weg was essen ist aber auch schon wieder zu früh glaub ich muss ein bisschen fleisch wegschmeißen mag es ja ungern sagen aber was ja oh ja 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 Immerhin fasst er ein bisschen Selbstvertrauen. Da muss er nicht so viel rumflugen. Tja, ich habe hier bloß gar keinen Slot mehr frei für das ganze Fleisch. Holen die Drahtigaben, die doch glaube ich. Ja. Hä? Ich habe jetzt nichts gesehen, aber mir wurde etwas angezeigt. Ah, hier ist er. Das dauert aber auch lange, ey. Kann ich aus dir eigentlich irgendwas herstellen? Kann den nur essen. Aber ich weiß, dass er schlecht ist. So, das kann hier noch ein Weilchen liegen. Leg mal ein Stück Kohle nach. Und speichere nochmal. So, ich hatte gesagt Süden, ne? Süden wollte ich weitergehen. Ich will erst mal schlafen, wie der ganz gut wäre. Warum hat er was ins Notizbuch reingetragen? Neuer Dialog. Hey, Mia. Hey, Mia. Are you asleep? No, not really. What's up? Oh, nothing. Just... Just was. I'm terrified. You're spending the night there alone. Oh, God. You're worried about me. Really? Well, I can't help it. Wish I could see you. Naja, flirtet mal ein bisschen. Me too. Me too. Me too. Schon okay. Mich erinnert das ja mit den Funkgeräten. Äh, und den Gesprächen darüber. So ein bisschen an Firewatch. Weiß nicht, ob er das jemand von euch kennt oder gespielt hat. Äh. Erinnert mich jedenfalls sehr daran. Laue Pilze? Okay. Die hatte ich noch gar nicht. Wollen wir sie gleich mal testen? Ja. Da ist jetzt ein Live-Chat. Könnte ich jetzt abwarten. Ob ihr schreibt ja oder nein? Jetzt könnt ihr euch nur entscheiden und hoffen, dass ich das Richtige wähle. Zweifelsfall sollte ich wohl immer auch von ja ausgehen. Ich würde es jetzt mal testen. Uns geht es doch eigentlich ganz gut. Testen wir das doch mal. Oh, der bringt Parasiten weg, der blaue. Bringt Kohlenhydrate und Energie. Na wunderbar. Merke ich mir doch gleich mal. Können wir öfter mal nutzen. Ist das die Straße, die er meinte? Muss ja. Die sollte ich jetzt eigentlich untersuchen, hat er gesagt. Vielleicht gehe ich dann doch lieber der Straße nach. Ist das wirklich eine Straße? Das sind Reifenspuren, aber die enden hier. Warum sollten die hier enden? Egal, ich wollte Richtung Süden und ich glaube, ich gehe auch gerade Richtung Süden. Das passt. Papagei wartet schon auf uns. Ein Toter. Nee, das ist gar keiner. Das ist ein Behälter. Okay. Vielleicht kann ich ja jetzt bald mal den Wasserfilter finden. Das wäre schön. Oh, das sieht aus wie... Ist das unser Zeltplatz? Oder irgendein Zeltplatz? Ich hoffe, ich bin da nicht... Ich hoffe, ich bin da alleine. Nee, ich sammle den jetzt mal nicht. Ich bin wirklich beladen. Ja. Ja, ich glaube, die kenne ich noch aus der Alpha. Also, wo ich das Display selber mal gesehen habe. Die Städte, die ich erwähnt habe, sehen, wie sie abandondet sind. Drugsfaktorie vielleicht? Wait, wait, what? A Drugsfaktorie? Hier? Oh, Gott. Are you sure there's no one in there? I haven't seen anyone. But a place like this should have been guarded. Right? Das stimmt. I don't know, but someone might show up. Don't linger. Ach, du Scheiße. Well, I'll let you know, if I find something useful. Boah. Eine leere Dose. Damit könnte ich Wasser auffangen. Ah, ich bin halt dann gleich wieder überladen. Das rohe kann ich rausschmeißen. Das werde ich jetzt eh nicht mehr schaffen, das irgendwie noch einzusetzen. Die leere Dose. Vielleicht kann ich die ja rausstellen und daraus trinken. Mir war gerade, als ob ich ein Dings gehört hatte, eine Stimme. Bin jetzt eh gerade ein bisschen über. Knochenmesser haben wir ja schon. Aber was hier alles ist? Notizen. Ach, du Heilige. Gruppe 1. Okay, warte mal. Ich überfliege das jetzt einfach nur. Ja, das sieht sehr nach einer Liste aus. Wer Drogen bekommen hat und wie viel dafür eingenommen wurde. Ja. Das hört sich gefährlich an. Oh, hier könnt ihr sogar schlafen. Da muss ich gar nicht erst was bauen. Hier kann ich direkt ein Lager draus machen. Das ist gut zu wissen. Schokoriegel. Habe ich einen Platz noch? Ja, ein bisschen Platz habe ich noch. Sehr gut. Andererseits hat sie gesagt, ich soll mich hier möglichst nicht so lange aufhalten. Hä? Sie haben sogar Logos auf den Paketen. Diese Leute sind nicht so rum. Das war eine professionelle Operation. Ich kann es nicht glauben. Das ist, was du jetzt machst. Noch mehr Notizen. Eine weitere Drogenliste. Okay. Ja, okay. Na gut. Sie haben sogar eine Mikrowave hier. In der Mitte der Jungen? Was für? Ich glaube, sie benutzt es um die Drogenzüge aus. Es ist eine der Schritte in Manufaktur zu produzieren. Die kann die sogar verwenden? Aber erst mal muss ich mal wieder was abpflücken. Ah ja, da ist noch was drin. Lieber wieder zumachen, wenn die wiederkommen. Obwohl, gut, ich habe jetzt eh schon Sachen angefasst. Oh, was will denn der noch alles erzählen? Was anliegen? Du denkst nicht, dass die TRIBE sie attackiert, oder? Es könnte sein, dass dieses Ort leer ist. Die Jabba Huaka sind nicht schrecklich. Wenn es sie gewesen wäre, hätten sie verabschiedet. Dieses Ort sieht fast nicht aufgelöst. Ich meine, wenn sie in der Kriege waren, würden sie es nicht verbrannt haben? Sie hätten nie ein Feuer in der Jungen angefangen. Sie sind es schrecklich. Ja, na dann, erst mal Orangensaft trinken. Sehr gut. Noch eine Notiz. Okay. Wird wohl, denke ich, mal ein Rezept für irgendeine Droge gewesen sein. Hm. Sind doch bestimmt hier noch irgendwo unterwegs. Sieht jetzt nicht so aus, als wäre es lange verlassen. Erst mal das Holzlagerfeuergestell. Cool. Da kann ich dann wohl größere Sachen machen. Jetzt muss ich mal, das müsste ich erst mal testen. Holzlöffel. Wozu kann ich den, kann man den gebrauchen? Kann man die wirklich beide gebrauchen? Oh, da war Wasser drin. So, jetzt bin ich definitiv überladen. Aber die Frage ist, kann ich mit dem Löffel und dem Topf überhaupt Wasser anfangen? Ich lege das erst mal wieder hin. Vielleicht brauche ich das später noch. Wenn ich dann vielleicht wirklich so ein Gestell hier bauen kann. Wie? Ah, hier haben sie es angerührt. Hm. Ja. 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 Sehr professionell. Alles. Das sieht aus wie Käfige. Was? Wassersammler? Wo? Wo hast du hier einen Wassersammler gesehen? Er hat sogar ein paar Käfige gefunden. Sonst war hier jemand gehalten. Hast du keine Idee, wer es war? Ich... Ich weiß nicht. Okay. Ich habe es. Wo hat er jetzt den Wassersammler gesehen? Verflucht. Das ist doch bestimmt das, was ich die ganze Zeit suche. Hier. Dafür brauche ich dann wahrscheinlich die Dose. Dann kann ich da vielleicht auch eine Kokosnuss drunterlegen. Moment. Das geht nicht. Ich kann das nicht drunterlegen. Moment. Moment. Dann gucke ich mir den Wassersammler mal hier an. Er hat eine Schale druntergelegt. Wann haben wir das? Das geht sogar eigentlich noch von den... von den Rezepturen. Brauche eben nur etwas zum drunterlegen. Moment. Den Topf. Der Topf müsste doch gehen. Na bitte. Den Löffel. Lass ich erstmal hier stehen. Das könnte ich wirklich erstmal als mein Lager nutzen. Auch wenn es vielleicht... eine schlechte Idee ist. Sich da aufzuhalten, wo die hier waren und... wohl irgendwie ja nicht... bleiben konnten. Oh, Schmerzmittel. Habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ah, hier kann ich speichern. Am Kalender. Alles klar. Dann mache ich das doch gleich mal. Ich nehme mal den anderen Speicherstand erstmal wieder. Ja, sehr gut. Jetzt kann ich aus dem Topf trinken. Aber ich habe noch genug Wasser. Das ist okay. Die leere Dose lasse ich jetzt auch erstmal hier. Ich weiß mit der auch nichts anzufangen. Schokoriegel kann ich mitnehmen. Muss nur aufpassen, weil langsam... Oh, ich muss schlafen. Stimmt, da war ja was. Na, mal gucken, ob das so eine gute Idee ist, hier durchzuschlafen. Mal hin, 30 Hyterationen ist gar nicht mal so wenig. So, wo sind wir denn jetzt auf der Karte? Wahrscheinlich hier. Bei dem Symbol. 50, 27. Ja. Könnt also weiter Richtung Süden gehen. Das wäre in die Richtung. Damit ich mich da ein bisschen... Dann sind diese Plantagen hier, wie ich schon gemeint habe. Die waren so systematisch angelegt. Das machen... Keine Eingeborenen legen so systematisch Felder an. Dann sind das diese Drogenpflanzen. Irgendwie in jedem Spiel, das ich ja habe, geht es irgendwie um Drogen. Was ist hier los? Ich suche mir die nicht deswegen aus. Verbände haben wir noch. Hier haben wir diese Psychotes. Ich überlege gerade, wenn ich doch nochmal den zeremoniellen Kessel zum Anrühren von Sachen brauche, ob ich da noch erst wieder zu dem zurück muss vom Anfang. Oh, die Sonne geht unter, man sieht es regelrecht. So, und hier ist die Wand. So. Müssen wir mich nochmal orientieren. Müsste ich jetzt hier unten irgendwo sein. 49, 31. Ja, das ist sogar noch weiter unten irgendwie. Das wird gar nicht richtig angezeigt. Könnt jetzt also Richtung Westen weiter, die Wand lang. Und dann gehe ich wieder Norden nach oben. Messen, ja, hier lang. Und dann muss ich aber auch bald wieder sehen, irgendwo ein Lager zu errichten. Oder ich gehe nochmal zurück ins Lager von eben. Achso, ich habe gar keinen Platz mehr. Upsa. Sehe ich da etwa eine Korpusnuss? Juhu. Das ist doch mal eine Freude. Und irgendwas bekrabbelt uns wieder. Da. Links und rechts. Gut, jetzt sind wir in der Pfalzwand. Die Früchte waren noch okay. Ich muss noch mal gucken, was die gebracht haben. Grundhydrate, Hydration, ja. Herr damit. Oh, eine Höhle. Die ist hier, okay. Muss hier vorsichtig sein. Nicht, dass ich wieder von einem Skorpion attackiert werde. Hier geht es doch irgendwo hin. Da ist nämlich schon einer. Habe ich ihn noch gerade so gesehen? Gucken, wo ich hier rauskomme. Wenn ich hier rauskomme. Oh, hier sind doch... Kann man auch schlafen. Das muss ein Zwischenlager gewesen sein. Ein Brief. Marcella, ich habe dich gestern zwischen den Bäumen gesehen. Du solltest nicht so bald hier auftauchen. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe dich nicht gerufen, weil es hier fertig geworden ist. Ich komme später zu dir. Geh auf keinen Fall zu nah ins Labor. Vor ein paar Tagen haben sie einen Gringung geschnappt, der im Dschungel umher wanderte. Und jetzt grassiert hier irgendeine Krankheit. Raoul ist sofort krank geworden. Ich halte mich von ihm fern, damit ich mich nicht anstecke. Wir werden wohl jemand anderen suchen müssen. Aber macht hier keine Gedanken. Ich kriege das schon hin. Es tut mir leid, dass unser schöner Plan nicht aufgeht. Aber ich kann das doch nicht hinbiegen. Kann das noch hinbiegen. Ich muss mich nur ein wenig ausruhen. Im Dschungel ist es heiß und stickig. Und das Schreiben fällt mir schwer. Die Buchstaben tanzen vor meinen Augen. Versteck dich am besten in dieser Höhle. Dort ist es sicher und kühl. Und trink genug Wasser. Aber nicht das aus dem Fluss. Dort entsorgen wir die Chemikalien. Ich komme sobald ich kann. Thiago. Oh. Oh. Die leiten Chemikalien in den Fluss. Ja, schönen Dank. Könnte ich also hier quasi fast gleich wieder schlafen. Ach. Nicht wieder überladen. Irgendwas muss ich wieder entsorgen. Dose essen. Was ist denn da drin? War jetzt wahrscheinlich unnötig. Aber ich muss Sachen loswerden. Stationen voll. Ich brauche die. Ach verdammt. Was lasse ich jetzt hier? Kräuter erstmal hier lassen. Nicht nur wüsste was die. Ich esse die jetzt einfach. Lebensmittelfallgift. Oh ja. Okay. Ja. Warum nicht? Gut. Dann schlafen wir jetzt. Ist gut. Wenn ich schlafe. Geht die dann weg. Okay. Hier ist jetzt natürlich nichts zum Speichern. Ich bin immer noch überladen. Kacke verdammt. Leere Dose weg. Irgendwas muss noch weg. Mendo. Dann nehme ich jetzt einfach hier den Orangensaft. Dann geht's wieder. Ich frage mich wie lange das her ist, dass der, der dort gelegen hat, dort gelegen hat. Karte neuer Ort. Wo bin ich rausgekommen? Ein Stückchen weiter hinten. Ja, warum nicht? Und wer wartet da auf mich? Ich frage mich. Ich frage mich. Ja, warum nicht?